Genau, es geht um Studio Link. Ich bin jetzt ja auch nicht zum ersten Mal da, sondern schon, ich glaube, jetzt das vierte Mal. Dementsprechend ist das Projekt vielleicht schon ein bisschen bekannter. Diesmal habe ich aber was Neues dabei, weil so ein Standardproblem war halt, wir haben jetzt die Boxen. Das ist eigentlich für die Gegenstelle immer eine ganz tolle Lösung, weil sie einfach ist, aber für die Podcaster nicht unbedingt so sehr, weil man muss, um das Audiosignal quasi mit der Box dann wieder, zum Beispiel in Reaper oder in DAW, wenn man die benutzt, wieder reinzubekommen, doch einen ganz schönen Umweg gehen über USB oder über Netzwerk oder sonst was. Und das sind alles so kritische, nostalgische Punkte, wo es einfach sehr schnell brechen kann. Dementsprechend muss ich mir überlegen, dass man diesen Punkt vielleicht einfach insgesamt nochmal verbessert. Bisher war es auch das ganze Thema eher so ein Proof of Concept. Was geht überhaupt auf der kleinen Box? Und dann auch so gleich eigentlich, Ralf hat mich beim ersten Workshop auch direkt darauf angesprochen, kannst du das nicht auch komplett in Software lösen? Und da musste ich auch sehr stark umdenken. Das heißt, es hat jetzt auch ein komplettes Redesign vom Front- und Backend gegeben. Und das war einfach notwendig, auch um eine plattformunabhängige Plugin-Lösung zu bieten, die also wirklich unter Windows, OSX und Linux funktionieren kann. Jetzt können wir ein bisschen interaktiv werden. Leider klappt das hier nicht so schön im WLAN, wie ich mir das gedacht habe, weil Wikimedia leider so einen kleinen Netzwerksplit macht. Ihr könnt gerne jetzt mal versuchen, auf euren Smartphones die URL aufzurufen. die erste. Und wenn die erste nicht auflöst, die zweite versuchen. Aber es kann sein, dass es jetzt nur bei 50% der Geräte funktioniert, wenn wir Glück haben. So, ich schalte jetzt mal um, wenn alle die URL haben. So. Zack. Ja, ich gebe sie noch mal gleich drauf. Moment. Ja, wie gesagt, das geht leider nur bei 50% der Geräte, weil leider das Routing nicht auf beide Subnetze geht. Aber so viel technische Details will ich jetzt gar nicht erklären. Okay. So, am besten erst mal nur so im Ansichtsmodus. Sie ist sehr interaktiv, aber es ist, glaube ich, jetzt ein bisschen blöd, wenn zu viele Leute darauf zugreifen und Aktionen auslösen. Das verwirrt mich gleich wahrscheinlich auch. So. Ups. Okay. Ja. Okay. Wo ist er denn im Bildschirm? Da. Ich kann mal probieren. Ja, gleich. Einen Moment. Ich wollte das nur gerade schnell umschalten. Das geht nicht. Ich glaube, das Umschalten hat er nicht überlebt. Doch, hat er überlebt. So. Machen wir das mal ein bisschen größer. Ich hoffe, das kann man. Okay. Wie ich sehe, funktioniert das schon. Ja, also es ist komplett auf Websockets basiert, die Anwendung. Das heißt, alles wird synchronisiert. Das war eigentlich so auch mein Anliegen, gleich mit dieser Applikation komplett neue Technologien auch direkt einzusetzen. Was halt dazugekommen ist gleich in dem Zuge, ist zum Beispiel die Pegelanzeige. Ich habe jetzt einfach nur ein Mikrofon dran, wo man also sehr schön sehen kann. Das war halt ein Standardproblem. Man sah halt in der alten Version nicht, ob man übersteuert oder so. Das ist jetzt also eigentlich sehr schön gelöst. Wie ich finde. Und ja, ich kann jetzt auch mal ein bisschen durchgehen. Das heißt also, jede Aktion, die ich hier auslöse, die wird auch gleich an alle Geräte parallel gestreamt. Das bietet natürlich jetzt durchaus Möglichkeiten, gerade wenn man mit mehreren Podcasts jetzt hat. Das hat nicht geklappt. Und jetzt sieht man hier auch gleich, wenn ich das umschalte, dann schaltet es sich überall um. Und auch die Kontaktlisten. Das heißt auch, die Webseite muss gar nicht aktualisiert werden, wenn man irgendwas aktualisieren möchte. Also nicht ständig F5 drücken, sondern das passiert alles automatisch im Hintergrund. Ja, ansonsten zur Bedienung. Es sollte wirklich einfach und leicht sein. Deswegen habe ich auch so nochmal ein komplettes Re-Design gemacht. Die alte Applikation, das war so verschachtelt schon in Untermenüs und auch Funktionen, die eigentlich überflüssig geworden sind. Und diese Applikation ist jetzt wirklich Cross-Plattform und wird auch auf, also sowohl im Plugin als auch auf der Box, als auch dann als Standalone-Variante zur Verfügung stehen. Und ich habe mich halt für einen Browser-Weg entschieden, weil das für mich die, ja, man hat es ja heute Morgen schon gehört, API-Änderungen etc. pp. Im Browser ist das zwar auch teilweise vorhanden, aber nicht so krass, glaube ich, wie bei iOS und unter Android. Genau. Okay. Gibt es da schon mal spontan Fragen zu? Ja. Also es ist eine Voice-over-IP-Applikation. Das heißt, im Endeffekt gilt es, diesen Skype zu vernichten, könnte man sagen. Nein, also Skype ist eine tolle Software, hat auch ihren Anwendungshintergrund, aber eher so in Richtung, ja, ich möchte schnell mit jemandem kommunizieren, mit meiner Oma oder Verwandten oder mit Enkeln oder so. Aber zum Beispiel prinzipiell das Aufzeichnen gibt es da ja nicht per se schon durch die Applikation. Und das heißt, dieser Hintergrund für Podcaster ist einfach gar nicht gegeben. Und das macht natürlich immer wieder Probleme, weil man muss sich Umwege suchen und auch so die Qualitätsanpassungen, die Skype während des Gesprächs macht, sind auch eher hinderlich. Also ich bin jetzt auch sehr aktiver Hörer und ich komme zum Beispiel selber mit einer schlechteren Qualität, die konstant ist, besser klar, als wenn jetzt andauernd so ein Auf und Ab im Podcast ist. Das frustriert dann doch ganz schön ungemein beim Hören, finde ich zumindest. Also lieber dann vielleicht ein bisschen runtergehen und Skype versucht das halt immer dynamisch anzupassen, was ich finde nicht so der elegante Weg zum Beispiel in dem Fall ist. Im Idealfall will man ja sowieso eher so ein Double-Ender machen. Das heißt, man nimmt auf beiden Seiten auf und nimmt also nicht das Signal auf, was über die Leitung gegangen ist, sondern produziert seinen Podcast dann aus den beiden Aufnahmen, die direkt stattgefunden haben. Und das ist auch noch so ein Ziel, das fehlt hier jetzt noch. Das ist auch mit in der nächsten Version dann geplant. Also dann kommt dort oben einfach noch ein Record-Button dazu und dann kann man direkt in Flak aufnehmen zum Beispiel. Ja, dann springe ich jetzt nochmal wieder zurück. Jetzt ist er ganz zurückgesprungen. So, Plattform-Nomate, genau. Genau, das Plugin wird es als VST, LV2 und Audio-Unit-Plugin geben. Das bedeutet, man kann das also ganz normal als Effekt in Reaper, in Adua reinhängen. Das ist eigentlich so, wie ich finde, mit der Zeit hat sich herauskristallisiert, dass das eigentlich so der direkteste Weg ist. Das heißt, man muss gar nicht mehr über dieses Audio-Routing seiner, seines Betriebssystems gehen, was in der Regel ja eher mal ein bisschen fehleranfällig sein kann und geht eigentlich eher den Weg wirklich über so eine professionelle DAW-Routing-Lösung, weil wenn das Routing in eurer DAW kaputt ist, dann habt ihr ganz andere Probleme. Also das ist dann schon sehr essentiell. Insofern sollte das wirklich die stabilste Lösung sein, die man sich eigentlich wünschen möchte. So, dann ja direkt auf der DAW, das habe ich gerade gesagt. Genau, Preismodell. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie kann man das jetzt einpreisen, weil ich mache das zwar auch sehr viel in meiner Freizeit, aber ich habe von Anfang an so ein bisschen versucht auch, wie kann man mit Open Source Geld verdienen und wie kann das funktionieren? Und ich versuche jetzt folgendes Modell, entscheide selbst. Das hat ein paar Restriktionen. Hören wir mal kurz darauf ein. Also zum einen gibt es einmal die grobe Unterscheidung zwischen monatlicher und einmaliger Variante. Noch kurz der Hinweis, das gilt jetzt wirklich nur für das Plugin und das Standalone später, nicht für die Box. Die Box hat einen festen Preis. Das ist klar, weil da habe ich Einkaufskosten. Bei der Software kann ich natürlich ein bisschen besser jonglieren. Dementsprechend habe ich mich also zwischen einer monatlichen und einmaligen Variante ausgesprochen, weil ich werde zwar die monatliche auch so konstruieren, dass sie monatlich kündbar ist, aber ich habe das schon mal so vorgefühlt. Und da hieß es dann, ja, das wäre trotzdem halt noch so ein Ablehnungsgrund. Man will eigentlich nur einmal und nicht aktiv kündigen müssen, sondern halt selber von Jahr zu Jahr zum Beispiel entscheiden können, was man wählen will. Genau, der Preis geht eigentlich ab einem symbolischen Euro los in beiden Fällen. Das heißt, den könnt ihr später dann selber bestimmen. Was davor steht, ist eigentlich so mein Wunschpreis, wo ich sagen würde, okay, wenn ihr den Preis nehmt, sind alle meine Kosten gedeckelt, weil ich habe ja auch ein bisschen Serverinfrastruktur dahinter und natürlich auch ein bisschen Arbeitszeit. Insofern, das wären so ungefähr die Preise, wo es losgeht. Und wer sagt halt, okay, ich gebe gerne mehr, der kann auch gerne mehr geben. Ähm, nehme ich natürlich gerne an. Und, ähm, ich denke, so ist für jeden auch was dabei. Vor allem spart es mir auch den Aufwand zu sagen, wenn jetzt jemand sagt, okay, im ersten Jahr bin ich dir bereit, 25 Euro zu geben, aber nächstes Jahr das Update, äh, ja, da möchte ich dann keine 25 Euro zahlen. Ja, das kann jeder dann selber so machen, wie er es für richtig hält. Ähm, es spart mir dann auch wahrscheinlich auch ein bisschen Arbeit in den Anfragen, ähm, so, sodass, ähm, das jeder selber handeln kann, wie er es, wie er es kann. Ähm, das war mir auch sehr wichtig, weil ich bin mit Studio Link eigentlich gestartet in dieser Community, deswegen ist es auch weiterhin ein Almost-Source-Projekt natürlich, weil ich was zurückgeben wollte. Also, ich bin aktiver Hörer und, äh, ja, Podcast, da, da, da ziehe ich Informationen raus, das ist, äh, für mich zum Abschalten. Also, ich habe selber sehr viel von, von Podcasts und das ist so ein Projekt, was ich einfach auch mache, weil ich etwas zurückgeben möchte. Und da fand ich es jetzt halt irgendwie schlecht, ein Preismodell anzusetzen, was dem gar nicht gerecht wird. Es gibt einen kleinen Haken, das ist gewerblich, jetzt nicht erschrecken, also, wenn ihr Flatter-Einnahmen habt, dann zählt das noch nicht als gewerblich für mich. Ich ziehe da jetzt erstmal, äh, erstmal den Layer so bei, bei 25.000 Euro im Jahr. Das heißt, also, da muss man schon einige Flatter-Einnahmen, glaube ich, haben, bis man da rankommt. Ähm, wo es interessant wird, ist natürlich so Business-Podcaster, die also einen Podcast zu ihrem Business machen. Die sind natürlich sehr schnell über dieser Grenze. In Zweifel mich einfach kurz anfragen, ob, ob das jetzt schon für mich als gewerblich oder nicht zählt. Ähm, im Endeffekt werden die gewerblichen Preise auch ungefähr da losgehen, wo mein Wunschpreis ist. Nur halt für Großkunden, die vielleicht auch spezielle Features haben möchten. Ähm, da möchte ich auch vorher einmal überhaupt in Kontakt treten, äh, dass, dass ich auch weiß, was da für Bedürfnisse sind. Ähm, genau. Open Source ist weiterhin kostenlos, das ist klar. Genau, jetzt noch kurz der Ausblick. Genau, es wird ein Standalone-Plugin geben. Ähm, das heißt, ihr habt dann die Entscheidung zum einen, ähm, ob ihr jetzt lieber dem Gesprächspartner zum Beispiel die Box schickt oder ob ihr sagt, nee, da soll sich das ruhig installieren als Softwarelösung. Äh, installieren ist jetzt ein bisschen zu groß gesagt. Es wird im Endeffekt nur ein, ein Executable sein. Das heißt also einfach eine Datei, auf die man doppelklickt und ausführen macht und dann geht auch schon das Browserfenster auf und schon könnt ihr mit demjenigen sprechen. Natürlich muss man dann noch das Audio-Device und alles einstellen, aber, ähm, ja, das habt ihr ja bei Skype, äh, auch noch alles zu tun. Ähm, eventuell kann man da auch überlegen, ob man nicht bestimmte, äh, Funktionen auch fernsteuerbar macht. Das heißt also, wie ihr eben gesehen habt, ist das ja sehr interaktiv vom, vom, vom Modell her, sodass man also bestimmte Aktionen halt wirklich auch aus der Ferne dann einfach für denjenigen ausführen kann, wie zum Beispiel das Einpegeln. Das ist ja auch so ein, so ein Punkt, der vielleicht nicht jedem Laien dann sofort, äh, klar erscheint, wie muss ich mich einpegeln, dass ich nicht übersteuere. Ähm, das könnt ihr dann quasi aus der Ferne übernehmen. Ähm, Streaming ist so ein nächster Punkt, weil wenn ich jetzt schon in der DAW drin hänge an diesem, an diesem Punkt und sowieso schon, ähm, die, äh, N-1-Schaltung habe, dann hab ich natürlich eigentlich, äh, wenn ich das Minus-1 rausnehme, gleich alles, was ich für einen, äh, Stream brauche. Ähm, also das ist so ein Projekt, wo ich auch nochmal gerne, äh, mich herantasten möchte, dass man also direkt dann aus dem Studiolink-Plugin auch herausstreamen kann. Ähm, das Gleiche wird's dann auch für die Box geben. Äh, dann fehlt noch so, äh, als kleiner, äh, Low-Hanging-Food noch so ein Echo-Test-Service, äh, das ist eigentlich auch schade, dass ich da noch nicht zugekommen bin, aber den wird's jetzt auch bald geben, sodass man das auch ein bisschen besser testen kann. Genau, das war's dann eigentlich auch schon. Vielen Dank. Fragen? Fragen? Ähm, ich hab's noch nicht vollends durchblickt. Ja. Die Box ist eine Alternative zu der Software-Variante? Genau. Was macht die Box? Die Box ist ein vollwertiges, äh, ja, ein vollwertiges Netzwerkgerät, wo du quasi auch, wo ein Button zum Beispiel drauf ist. Ich hab jetzt leider grad keine hier. Also wer da nachher Interesse hat, ich hab genug mit, die können wir uns auch nochmal anschauen. Ich hatte dieses Jahr nur halt grad, also dieses Mal den Fokus eher auf die Plug-in-Variante. Ähm, also, beziehungsweise, Moment, da unten siehst du sie ja auch nochmal. Das heißt, ähm, im Endeffekt steckst du nur ein Netzwerk an, auf der anderen Seite dein USB-Audio-Gerät noch, und, äh, das war's dann eigentlich. Und wenn du ihn anrufst, das heißt, er braucht noch nicht mal ein Web-Interface öffnen, kann er halt über den Button, signalisiert ihm der Button, dass das Gespräch ankommt, und dann drückt er einfach drauf und ihr seid verbunden. Das heißt, der Gesprächspartner braucht die Box oder ich selber auch? Beide Seiten? Beide Seiten oder du halt das Plug-in in der DAW, je nachdem, wie du's dir zusammenstückelst. Also jetzt gibt's mehr Modularität. Okay. Und die Preise waren für alle Teilnehmer gewesen, oder ist das quasi für den Podcaster? Das ist für den Podcaster. Okay, die Gesprächspartner kommen dann so dazu. Genau. Alles klar. Gut, verstanden, danke. Hier vorne war eine Frage. Ich wollte eigentlich nur kurz fragen, ob du jetzt im Rahmen des PPBW noch einen Workshop irgendwie anbietest, um das mal ein bisschen näher vorzustellen. Genau, also gleich gibt's ja, ich hab die Uhrzeit jetzt nicht im Kopf, aber ich glaub, in der zweiten Session hab ich einen Slot im Alphabetraum, war das, glaub ich. 15.15 Uhr. 15.15 Uhr, danke. Frage, zuckt es so? Nein. Okay. Weitere Fragen? Ansonsten, denke ich, werden wir dann da die entsprechende Vertiefung auch bekommen. Die Untertitelung des ZDF, 2020